Servus zusammen, bei unbeständigem Wetter starten wir unsere Tour auf der Mantowa Hütte. Über leichte Eiskletterei erreichen wir den Coronero. Danach geht es über die Ludwigshöhe, Parodspitze, auf die Signalgruppe und auf die Cabagne Margarita, höchste Schutzhütte der Alpen. Spend! 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 Oh, hey, man! Hey! Fuck! Ah! Fuck! Fuck! Yeah! That's sh me! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018